Mit dem Service mobile Nachrichten erfahren Sie immer die neuesten Nachrichten, egal ob Sie auf Reisen sind oder einfach nur durch die Stadt fahren. Der Service lässt sich ganz einfach im Skoda Connect Portal einrichten. Wählen Sie dafür News. Das System bietet Ihnen Zugang zu Inhalten aus RSS-Feeds, die neueste Nachrichten sehr schnell und nach Themen sortiert zur Verfügung stellen. Gehen Sie auf das Skoda Connect Portal und fügen Sie Ihre gewünschten Feeds hinzu. Abonnieren Sie einen Feed und schon können Sie in Ihrem Skoda darauf zugreifen. Stellen Sie sicher, dass Sie online sind, wenn Sie Nachrichten auf dem Bildschirm Ihres Navigationssystems abrufen. Für den Zugriff auf News drücken Sie einfach Connect auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie das News-Symbol. Schon können Sie die neuesten Nachrichten aus Ihren abonnierten News-Feeds sehen und bleiben immer auf dem Laufenden.